Einen ganz herzlichen Glückwunsch an das Unternehmen Harting für 70 Jahre Hannover Messe. Es ist eine grandiose Leistung, dass das Unternehmen Harting seit Beginn der Hannover Messe, also seit 70 Jahren, ununterbrochen ausstellt. Harting ist Aussteller der ersten Stunde und hat sich wie die Messe mit immer neuen Innovationen erfolgreich weiterentwickelt. Und damit sieben Jahrzehnte lang alle Entwicklungen der Industrie mitgemacht hat. Dabei als Unternehmen gewachsen ist und auch die jüngste Entwicklung Industrie 4.0 mit als einer der ersten Aussteller aufgegriffen hat. Verbinden heißt auch Netzwerke knüpfen und deshalb gilt auch künftig alljährlich herzlich willkommen auf der Hannover Messe. 70 Jahre Harting und Hannover Messe, eine wirklich starke Verbindung. Ganz persönlich kenne ich kaum ein Unternehmen, was den Spruch besser verkörpert, dass Tradition eben nicht bedeutet, die Asche anzubeten, sondern das Feuer nach vorn zu tragen. Wir bei Harting sind stolz darauf, einer der wenigen Aussteller zu sein, die jedes Jahr an der Hannover Messe teilgenommen haben und wie in jedem Jahr Werte für unsere Kunden geschaffen zu haben. Die lange erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Deutschen Messe AG hat bei Harting immer neue Impulse für technologische Weiterentwicklung gesetzt. Zusammen wird es uns weiter gelingen, die Herausforderung der Industrie 4.0 als Aufbruch in die digitale Zukunft zu gestalten. Vielen Dank.